Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Der Testserver für 1.20.1 ist nun seit ein paar Tagen live. Ich habe dazu ja auch schon ein sehr sehr großes Überblicksvideo gemacht und bin auf die einzelnen Änderungen eingegangen. Was ich aber auch erwähnt habe, dass ich nochmal einen detaillierten Blick auf die Q-Skills werfen kann oder werfen möchte. Um einfach mal so ein bisschen die Änderungen hervorzuheben zu dem, was Wargaming da jetzt vorhat. Beziehungsweise auch die Q-Skills, die neu dazugekommen sind, mal anzuschauen, was die denn genau machen. Nun hat Quickie Baby gestern Abend, also am Samstag, ein ziemlich ausführliches Video gebracht. Killing the Future of World of Tanks. Natürlich ein sehr reizerischer Artikel und ist hier sehr im Detail auf die XP-Anforderungen eingegangen und warum das so problematisch ist. Auf diesen Punkt möchte ich in meinem Video heute nicht eingehen. Wenn ihr also dazu mehr wissen wollt, kann ich euch nur das Video von Quickie Baby ans Herz legen. Das geht ungefähr eine Stunde. Ja, ihr müsst im Englischen mächtig sein, aber es lohnt sich ja durchaus mal einen Blick reinzuwerfen. Was er nicht macht, was er aber auch im Video erwähnt, er schaut sich nicht im Detail die einzelnen Crew-Skills an. Das sagt er auch, er hat ja nicht die Zeit dafür in diesem Video und das kann ich insofern auch verstehen. Deswegen möchte ich hier im Video genau das machen, was er in seinem Video nicht macht. Ich möchte also für die verschiedenen Besatzungsmitglieder mir die Crew-Skills angucken, anschauen, was sich ändert bzw. was auch für Skills dazukommen. Denn, und das ist mir auch in der Vorbereitung für dieses Video aufgefallen, selbst wenn hier Skills-Perks als nicht überarbeitet markiert sind, heißt das nicht, dass sie sich nicht trotzdem ändern. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe keine Ahnung, warum Wargaming das macht, aber das werden wir uns hier im Video auch anschauen. Also wir gehen wirklich durch alle Perks durch und werfen da einen Blick drauf, was sich gegebenenfalls ändert. Und ja, versuchen oder ich versuche jedes Mal auch eine kurze kleine Bewertung zu geben. Die Quelle dafür ist einerseits dieser Artikel, wie gesagt vom Testsurfer für die Version 1.20.1. Den packe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und die zweite Quelle für die allermeisten Skills und Perks, die wir hier haben, ist das World of Tanks Wiki. Es gibt aber hier ein paar Skills, zum Beispiel Intuition, die hier noch in der alten Version drin stehen. Da habe ich mir dann den entsprechenden überarbeiteten Artikel, bzw. den Artikel mit der Überarbeitung rausgesucht, wo dann Intuition, hier ist es, entsprechend das Update drin ist. In dem Link zum World of Tanks Wiki habe ich euch auch mit unten in die Videobeschreibung reingepackt. Wenn ihr also selber nochmal nachschauen wollt, euch irgendwas unklar ist, könnt ihr also dort auch einen Blick reinwerfen, bzw. wenn ihr auch einen Fehler entdeckt, dann, also bei mir jetzt, dann kommentiert ihn bitte gerne, damit hier auch keine Unklarheiten entstehen oder ich irgendwie was Falsches da stehen lasse, ohne dass es korrigiert wurde. Also bitte, falls ihr was finden solltet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe das Ganze hier in einer Word-Datei aufbereitet, wir werden hier wirklich Schritt für Schritt durch jeden Skill oder Perk durchgehen. Wir werden uns die Unterschiede anschauen, denn wie gesagt, es gibt auch Perks oder Skills, das sind ja jetzt eigentlich alles bloß noch Perks, die angepasst wurden im Vergleich zum World of Tanks Wiki. Und die Änderungen wurden aber in dem Artikel von 1.21 für den Testsurfer nicht markiert. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es gibt Perks, die sind markiert, wo Änderungen vorgenommen wurden, aber halt nicht alle. Ich weiß nicht, warum Wargaming das macht. Deswegen werfen wir hier, wie gesagt, nochmal einen Blick rein. Wir fangen mit dem Kommandanten an. Mit dem Speer-Perk erhöht die Sichtweite um 2%. Wenn die Sichtgeräte beschädigt wurden, erhöht sich der Effekt auf bis zu 20%. Das bleibt identisch. Vorher sehen wir hier oben auch Maximum auf 2% und auch Maximum auf 20% for the duration of the damage. Weiter geht's mit dem Mentor. Und hier haben wir schon die ersten Änderungen. Wir schauen mal rein, wie es werden soll. Also erhöht durch die durch alle Besatzungsmittel verdienten EP um 15%. Und aktuell ist Mentor definiert mit einem Maximum von 10%. Wir bekommen hier also 5% weitere EP-Boni obendrauf. Und wie gerade eben schon erwähnt, ist dieser Perk in dem Artikel von Wargaming zum neuen Patch nicht als geändert markiert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso. Es geht weiter mit dem Tausendsasser. Verringert die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des Kommandanten um 30%. Der Kommandant kann ausgefallene Besatzungsmitglieder ersetzen und übernimmt die Rolle mit 50% Effizienz. Diese 50% Effizienz finden wir auch in der Definition des bisherigen Tausendsasserskills. Wobei es da auch nochmal genauer definiert ist. Das heißt, wenn mehrere Besatzungsmitglieder ausfallen, dann teilt sich diese 50% je nachdem, wie viel ausgefallene Besatzungsmitglieder man hat, halt auf. Also die 50% gelten eigentlich bisher nur, wenn ein Mitglied ausgefallen ist. Wenn es halt zwei sind, ist die Effizienz halt nur noch 25%. Was in der alten Definition überhaupt nicht mit drin steht, ist die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des Kommandanten, die Verringerung um 30%. Das scheint also auch neu zu sein und ist hier auch nicht als solches markiert. Es geht weiter mit Adlerauge. Neue Definition und dieser Perk ist auch definiert, dass er eine Änderung bekommt. Erhöht die Wahrscheinlichkeit gegnerische Module zu beschädigen oder gegnerische Besatzungsmitglieder zu verletzen. Für alle Granatentypen um 5%. Lässt die Besatzung kritisch beschädigte Module am anvisierten Fahrzeug mit einer Verzögerung von 0,5 Sekunden erkennen. Der Teil mit der Wahrscheinlichkeit gegnerische Module zu beschädigen oder Besatzungsmitglieder zu verletzen, ist bisher in der Definition hier oben nicht mit enthalten. Igelei dreht sich bisher bis jetzt aktuell nur darum, die beschädigten Module zu erkennen und das auch, ich habe es hier markiert, mit einer Verzögerung von 4 Sekunden. Hier in der überarbeiteten Variante ab 1.21 sollen es dann nur noch 0,5 Sekunden sein. Also auch hier ein deutlicher Buff dieses Perks. Weiter geht's mit der Geräuscherkennung. Das ist ja ein Perk, der relativ neu ist, der erst letztes oder vorletztes Jahr eingeführt wurde und wo es darum geht, dass man quasi eine Warnung bekommt, aus welcher Richtung die Artillerie auf einen schießt. Und man hat halt entsprechend der Flugzeug, der Granate Zeit, irgendwie darauf zu reagieren, die Wanne einzudrehen, vorwärts, rückwärts zu fahren und dadurch halt einer Beschädigung oder einer längeren Stunzeit durch die Artillerie zu entgehen. Im Grunde bleibt der Skill mehr oder weniger so, wie er ist. Wargaming schreibt jetzt hier in der 1.21 Definition etwas von 0,1 Sekunden Verzögerung. Das habe ich jetzt für die Definition bisher, für die Geräuscherkennung, nicht gefunden. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was aber neu dazu kommt, ist, dass der Betäubungseffekt, wenn man diesen Perk drauf hat, um 5% reduziert wird. Was also hier passiert, ist ein weiterer indirekter Nerf der Artillerie. Mir ist bewusst, dass das viele von euch wieder gut finden werden. Euch ist aber ja sicherlich auch klar, dass bei mir auf dem Kanal Artillerie ein gewisser Rahmen eingeräumt wird. Und dass ich das natürlich entsprechend nicht unbedingt toll finde, was wir hier sehen. Ein weiterer Perk, wo wir uns natürlich keine Änderungen anschauen können, ist der Praktiker. Denn der kommt jetzt neu dazu. Verringert die Abklingzeit von Verbrauchsmaterial um 15%. Das ist natürlich ein sehr, sehr relevanter Perk. Insgesamt kann man hier auch schon overall zu dieser Änderung sagen, und das ist ja auch die Kritik, die Cookie Baby in seinem Video auch mit angebracht hat, dass die Perks, die jetzt neu hinzugefügt werden, alle einen sehr, sehr relevanten Eindruck machen. Das heißt, anders gesprochen, es sind alles oder fast alles Perks, die schon sehr, sehr nett wären, wenn man die auf seiner Mannschaft drauf hat. Und das ist dann wieder, das führt dann zu der Kritik, zu der insgesamten Kritik, dass natürlich der Druck auf Mannschaften steigt, die relativ klein sind, wo natürlich Mannschaftsmitglieder mehr als ein oder zwei Rollen einnehmen. Und dementsprechend sehr, sehr, sehr viele Perks leveln müssen, um eine entsprechende Leistungsfähigkeit zu gewährleisten des Fahrzeugs. Und das natürlich zu immensen Anforderungssteigerungen bezüglich der QXP führt, was halt in diesem aktuellen System, so wie Wargaming das jetzt einführen möchte, nicht sehr wirklich praktikabel ist. Und halt, um die Kritik von Küki Baby hier aufzugreifen, sehr Richtung Pay to Win geht. Gehen wir weiter zum Fahrer. Wir fangen an mit Meister am Bremshebel, erhöht die Wendegeschwindigkeit der Wanne um 5%. Und auch bisher ist die Definition genau so. Wenn man diesen Perk auf 100% ausgebaut hat, dann wird die Drehfreudigkeit um 5% verbessert. Genauso beim Geländespezialisten verringert den Geschwindigkeitsverlust auf weichen Böden um 10% und auf mittelweichen Böden um 2,5%. Und auch das sehen wir in der alten Definition. Maximum of 10% for soft or wet terrain. Und hier steht auch nochmal, der is no effect when driving on roads, cobblestone or asphalt. When driving on all other terrain, also das sind halt dann die mittleren Untergründe, dann haben wir hier diese 2,5%, die wir auch in dem neuen oder beibehaltenen Perk sehen und lesen. Fahren wie auf Schienen. Verbessert die Genauigkeit bei der Bewegung um 4%. Auch das haben wir bisher so in der Definition drin. Also up to a maximum of 4%, wenn the skill level reaches 100%. Also auch hier ändert sich erstmal nichts. Der Ramborg erhöht den Rammschaden an gegnerischen Fahrzeugen um 15% und verringert den Rammschaden am eigenen Fahrzeug um 15%. Verringert den Rammschaden am eigenen Fahrwerk um 15%. So und hier haben wir auch eine Überarbeitung. Dieser Perk ist auch rot markiert. Denn dieser reduzierte Rammschaden am Fahrwerk, also dass die Hitpoints der Ketten auch geschützt werden, das finden wir in der alten Definition nicht. Hier geht es nämlich nur darum, diese Erhöhung oder Reduzierung des Schadens, je nachdem halt, also von beiden Seiten gesehen, von einem Maximum von 15%. Beim Ordnungsfanatiker wird es ein bisschen spannend, weil da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie ich diese neue Definition, beziehungsweise das in Kombination in der alten Definition richtig verstehen soll. Also, verringert die Wahrscheinlichkeit auf kritischen Schaden bei Treibstofftanks um 15% und die Wahrscheinlichkeit auf einen Motorbrand um 30%. Ja, das sind im Grunde zwei verschiedene Sachen, weil natürlich kann man den Treibstofftank beschädigen, das heißt aber noch nicht, dass man anfängt zu brennen, plus, dass man halt den Motorbrand selber, die Wahrscheinlichkeit davon auch nochmal um 30% reduziert. Die alte Definition spricht hier von 25%, erwähnt also gar nicht den kritischen Treffer auf die Treibstofftanks, beziehungsweise den Motorbrand selber wird hier nur thematisiert, mit einer Reduzierung von 25%. Hier sind es nun eine Reduzierung von 30%, zusätzlich dazu halt nochmal diese 15% auf den kritischen Schaden des Treibstofftanks. Ob das am Ende aufs Gleiche drauf rauskommt, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Für mich liest dieser Perk sich auch eher in der Überarbeitung wie ein Buff im Verhältnis zu dem alten Ordnungsfanatiker. Des Weiteren, und auf diesen Perk ist auch Quickie Baby in seinem Video sehr, sehr ausführlich eingegangen, bekommen wir hier den Ingenieur für den Fahrer. Und ich kann da Quickie Baby nur zustimmen, das wird ein essentieller Perk werden, im Grunde egal auf welchem Fahrzeug, denn die Grundaussage, die eigentlich schon immer vorherrscht, ist, Mobilität steht über Panzerung, beziehungsweise Mobilität, um mal die Panzerung in der Aussage wegzulassen, Mobilität gewinnt das Spiel. Ein mobiler Panzer ist in der Regel immer überlegen über ein Fahrzeug, das eine geringere Mobilität hat, aber dafür vielleicht andere Eigenschaften, die besser sind. Und deswegen ist der Ingenieur so relevant, denn er erhöht die Motorleistung um 5% und die Höchstgeschwindigkeit vorwärts wie rückwärts um 1 kmh. Und das kann sehr, sehr relevant sein und gerade noch vielleicht in Kombination mit einem Turbolader ist das ein Perk, der richtig stark sein kann, egal ob es sich um ein mobiles Fahrzeug handelt, um das noch mobiler zu machen, oder auf einem langsamen Fahrzeug, um dort diesen Malus, den man durch die geringe Mobilität hat, ein bisschen auszugleichen. Also egal, wie man es dreht und wendet, der Ingenieur-Perk wird extrem relevant auf dem Fahrer sein. Und dementsprechend kommen wir auch hier wieder in die Argumentation zurück, dass wir halt einen immensen Druck auf die Mannschaften oder einen erhöhten Druck auf die Mannschaften haben werden, wenn es darum geht, weitere Perks zu lernen und entsprechend dieser XP-Anforderungen. Ein weiteres Beispiel, wir sind jetzt beim Richtschützen angekommen, ein weiteres Beispiel für eine krassen Buff von Perks ist der Büchsenmacher. Und da gucken wir diesmal erst mal auf die alte Definition, denn das ist nämlich so, dass der Büchsenmacher den Malus durch ein beschädigtes Geschütz reduziert und das in der alten Definition um bis zu 20%. Nun wird dieser Perk überarbeitet und es ist nicht nur so, dass diese Reduzierung des Malus verbessert wird, nämlich von 20 auf 50% bei einem beschädigten Geschütz. Nein, wir haben noch eine weitere Eigenschaft, die diesen Perk extrem spannend macht, nämlich verringert den potenziellen Schaden und die Durchschlagstreuung auf plus minus 20%. Was heißt das jetzt im Detail? Wir können mit diesem Perk den RNG reduzieren. Also das, was sich sehr viele Spieler immer schon gewünscht haben, denn bisher haben wir ja diese plus minus 25% Streuung beim Durchschlag und auch bei der Schadensberechnung. Das heißt, die Schüsse, die wir machen, wenn wir diesen Perk gelernt haben, sind planbarer. Das heißt, wir haben nicht mehr diese extremen Ausreißer an die Grenzen von diesen plus minus 25% Grenzen, sondern die Grenzen werden halt ein Stück verengt und damit macht man zwar nicht mehr die großen Ausreißer nach oben und auch nicht mehr die großen Ausreißer nach unten, Das kann natürlich gerade, was die großen Ausreißer nach oben angeht, kann man erstmal sagen, ein Nachteil sein, aber wir verlieren ja auch die nach unten und damit wird das Ganze planbarer. Das heißt, der RNG wird hier halt reduziert und deswegen ist dieser Skill auch hier zu sagen, er wird extrem relevant werden für den Richtschützen. Es geht weiter mit dem Scharfschützen-Skill-Perk. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritischen Schaden an Modulen des gegnerischen Fahrzeugs und auf Verletzungen bei gegnerischen Besatzungsmitgliedern um 10%. Der Effekt gilt für alle Granatentypen. Und auch hier ist Quickie Baby in seinem Video extrem genau darauf eingegangen, Denn, wenn wir uns Dead-Eye-Perk in der jetzigen Definition anschauen, dann sehen wir, dass die Verbesserung hier gerade mal nur 3% beträgt. Und auch eine Begrenzung auf AP, APCR und HEAT-Granaten vorgenommen ist. Es ist explizit hier erwähnt, Also mit HE-Granaten funktioniert das Ganze nicht. Und hier erwähnt Wargaming explizit, dass das für alle Granatentypen gilt. Und von 3 auf 10% Steigerung die Wahrscheinlichkeit, Alter Falter, wir werden in Zukunft mit ganz viel gekritteten Modulen und Mannschaften, Mannschaftsmitgliedern rumfahren. Und das kann ultra, ultra nervig sein. Ein weiterer Buff eines Perks ist auch die ruhige Hand. Und auch dieser Buff ist hier nicht markiert in dem Artikel. Die neue Definition liest sich so, Verringer die Streuung bei Turmdrehung um 15%. In der Definition des bisherigen Perks wird hier von 7,5% gesprochen. Also mal eben eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit dieses Perks. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, auch hier wird wieder klar, wie wichtig die ganzen Perks sind und wie groß der Druck XP-technisch auf die Mannschaften wird. Das, also ich kann Quickie Baby in diesem Punkt absolut nur zustimmen. Beim angesetzten Ziel ist die Frage, ob es hier eine Verbesserung oder eine Veränderung gab, ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil der Text hier nicht so detailliert ist wie die Definition im WOT-Wiki. Verlängert die Zeit, in der das gegnerische Fahrzeug außerhalb des Sichtbereichs, des Richtschützen sichtbar ist, um zwei Sekunden. In der Definition im WOT-Wiki ist nochmal genau erläutert, wie das Ganze funktioniert. Hier wird auch von zwei Sekunden gesprochen. Ob diese grundsätzliche Funktionalität des angesetzten Ziels sich in irgendeiner Form ändert, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe es jetzt nicht im Übungsraum oder so getestet. Fakt ist aber, dass die Definition hier im WOT-Wiki für den alten Perk etwas detaillierter ist. Werfen wir noch einen Blick auf zwei weitere Perks, die hier dazukommen. Das ist einerseits Konzentration und schnelles Zielen. Konzentration verringert die Geschützstreuung eines stationären Fahrzeugs um 2,5%. Kurz gesagt, wenn ihr steht, ist eure Kanone genauer. Auch das, kann man nicht anders sagen, klingt sehr, sehr relevant. Wird es höchstwahrscheinlich auch sein, denn ein genaues Geschütz ist in der Lage, einfach besser zu treffen. Ob das auch für ARTI gilt, weiß ich nicht. Aber könnte natürlich sein, dass es auch durchaus ein Perk ist, der für ARTI recht relevant sein könnte. Schnelles Zielen verbessert die Zielerfassung um 2,5%. Auch das ist ein Perk, den ich aus meiner ARTI-Fahrersicht primär da natürlich sehe, weil Einzielzeit auf ARTI immer relevant ist. Aber auch auf anderen Fahrzeugen generell, auf Fahrzeugen mit einer sehr, sehr hohen Einzielzeit, können diese 2,5% absolut gesehen natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss haben und sehr, sehr lohnenswert sein. Es geht weiter zum Ladeschützen. Sichere Ladung erhöht die Robustheit des Munitionslagers um 25%. Und auch dieser Perk ist für die Änderung von 1,21 nicht markiert, dass er geändert wurde. Wenn wir uns aber die Definition anschauen, dann von dem bisherigen Perk sehen wir hier 12,5%. Das ist eine Verdopplung, Wargaming. Warum ist das nicht markiert? Ich weiß es nicht, aber wird also entsprechend auch relevanter werden, diesen Perk auf seinem Ladeschützen gelernt zu haben. So, kommen wir zur Vorahnung oder Intuition. Quickiebaby hat in seinem Video sehr deutlich gemacht, dass Vorahnung ähnlich wie Brandbekämpfung nur noch auf einem Ladeschützen drauf sein muss, um entsprechend den Bonus zu bekommen. Hier könnte man wieder sehr, sehr ausschweifend jetzt auf die Crew-Zurücksetzen-Mechanik, diese 12 Teile, die man da bekommt, eingehen. Also das Retraining, das will ich hier gar nicht machen, aber es ist auf jeden Fall auch relevant. Erhöht die Gewinnigkeit für den Wechsel des Granatentyps bei geladenem Geschütz um 60%. Wenn das der Grundwert ist, der dann noch durch den Kommandanten und durch andere Zusatzrationen gebufft werden kann, dann bleibt dieser Perk identisch. Ich gehe auch mal davon aus, weil hier noch einen Buff reinzubauen, das wäre schon ziemlich krass. Aber wie gesagt, wichtig ist hier, man braucht es nur noch auf einem Ladeschützen. Das macht es aber notwendig, einen der beiden Ladeschützen, wenn man zwei halt in dem Fahrzeug drin hat, insofern zu retrainen, dass man den Slot wieder freikriegt, was am Ende wieder mit diesen Retrain-Sachen verbunden ist. Also mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Teile, die man jetzt, diese 12 Stück, die man da bekommt, die sehr, sehr wenig sind. Oder man muss eben Gold in die Hand nehmen. Und das ist eine Sache, wo Wargaming unbedingt nachbessern muss. Adrenalinrausch beschleunigt das Laden um 10%, wenn dem Fahrzeug weniger als 10% seiner Strukturpunkte verbleiben. Dieser Perk wird überarbeitet. In der alten Definition sprechen wir nämlich von 9,1%. Warum es 9,1% sind in der bisherigen Definition, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unklar. Wargaming rundet das hier auf, auf 10%. Damit ist es ein bisschen klarer. Damit kann ich leben. Das sind Änderungen, Anpassungen, die sind klein. Das sind kleine Buffs, das ist okay. Wir reden hier nicht gleich von einer Verdopplung oder so, wie wir es bei anderen Perks gesehen haben. Von daher, alles in Ordnung in meinen Augen. Es kommen auch noch mal drei neue Perks dazu. Guerilla verringert den Malus auf Fahrzeugtarnung nach dem Schuss um 10% und erhöht den Tarnwert hinter Vegetation um 2%. Quickie Baby hat es in seinem Video anhand des E25 gezeigt. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr extremes Beispiel. Aber nichtsdestotrotz kann das auf Fahrzeugen mit einem sehr guten Tarnwert durchaus ein sehr relevanter Perk werden. Nahkampf. Beschleunigt das Laden um 2,5%, wenn die Distanz zum Gegner 50 Meter oder weniger beträgt. Das ist ein Perk, der vor allen Dingen für Heavy Tanks in meinen Augen sehr, sehr relevant ist. Denn schnellere Nachladezeit ist immer wichtig. Und dann gibt es noch den Granatenkenner. Erhöht den minimalen Schaden und den minimalen Durchschlagswert um 2%. Jo, wenn wir da noch mal zurückdenken an den Perk, der uns den RNG quasi eingrenzt, zusammen mit dem Granatenkenner, können wir hier doch schon einen sehr, sehr wichtigen Einfluss darauf nehmen, wenn es darum geht, zu durchschlagen oder auch Schaden zu nehmen. Und das Ding ist, dass es insgesamt intransparenter wird. Weil natürlich, wenn ich jetzt mit einem Fahrzeug gegenüberstehe, ich halt nicht weiß, was der auf seiner Mannschaft gelevelt hat. Und ich am Ende davon ausgehe, okay, der hat Durchschlagswert X und Alpha Schaden Y. Ja, normalerweise kann der mich jetzt nicht rausnehmen. Oder es wird auf jeden Fall schwer. Ja, wir müssen nicht weiter drüber reden. Das kann auf jeden Fall einen Einfluss darauf haben. Und kann es natürlich einfach intransparenter in Zukunft machen. Oder schlechter vorhersagbar, ob man sich vielleicht noch einen Schuss fangen kann. Oder ob man lieber in Deckung bleiben sollte. Wir kommen zum Funker. Die Weitsicht bleibt gleich. Erhöht die Sichtweite um 3%. Das ist auch beim bisherigen Weitsicht-Perk so. Da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Kommen wir zum Datensammler. Verbessert die Hauptspezialisierung aller Besatzungsmitglieder um 2,5%. Wenn der Wert für den ermöglichten Schaden die Standardrobustheit des eigenen Fahrzeugs übertrifft. Das ist neu. Das ist also was vornehmlich für Scouts. Ich interpretiere das so, dass die Mannschaft einen Buff bekommt von 2,5%. Wenn ich mehr Schaden ermöglicht habe, als ich selber Lebenspunkte habe. Also das ist wirklich ein wichtiger Perk dann für die Scouts. Die Funkreichweite erhöht sich um 20%. Auch diese 20% finden wir hier in der alten Definition wieder. Aber wie gesagt, das hier ist auf jeden Fall komplett neu. Teamwork. Lesen wir die neue Definition uns mal durch. Erhöht die Funkreichweite verbündeter Fahrzeuge innerhalb der Reichweite des Funkgeräts um 10%. Das bleibt identisch. Aber wir sehen schon, der Perk wird auch überarbeitet. Wenn die Distanz zu einem verbündeten 50 Meter oder weniger beträgt, verbessern sich die Hauptspezialisierungen aller Besatzungsmitglieder um 5%. Auch das ist also wieder ein Perk, den ich vor allen Dingen auf Heavys sehe, die in der Gruppe kämpfen. Oder vielleicht auch auf Spieler, die auf dem Platoon unterwegs sind und auch wirklich eng mit den Platoon-Mates kämpfen, um einfach diesen 5% Buff zu erhalten. Weil den finden wir in der alten Definition so in der Form nicht. Der wird also entsprechend neu hinzugefügt. Ruf nach Vergeltung. Auch dieser Perk wird überarbeitet. Verringert die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des Funkers um 30%. Das finden wir in der alten Definition so nicht wieder. Und meldet die Positionen der Gegner um weitere 4 Sekunden, nachdem das eigene Fahrzeug zerstört wurde. In der alten Definition haben wir hier 2 Sekunden stehen. Auch hier wird dieser Perk um 50% gebufft. Ne Quatsch, eine Verdopplung. Also eine 100% Buff eigentlich ist eine Verdopplung. Um diese 4 Sekunden. Plus ja auch noch, dass der Funker um 30% weniger Wahrscheinlichkeit hat, verletzt zu werden. Und zu guter Letzt die Brandbekämpfung. Die habe ich jetzt hier beim Funker drin, weil sie ja von den anderen Besatzungsmitgliedern runtergenommen wurde. Brandbekämpfung ist jetzt nur noch was man auf dem Funker leveln muss. Es geht aus der alten Definition nicht so richtig hervor, ob das auch 80% sind. Da könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren helfen. Ich habe es aber auch schon in meinem Übersichtsvideo gesagt. Das Problem, was wir bekommen, dass nur noch der Funker die Brandbekämpfung hat, ist, dass wir sehr, sehr viele Crew-Layouts haben, wo es keinen eigenen Funker als Mannschaftsmitglied gibt. In vielen Fällen ist der Funker zum Beispiel auf dem Kommandanten. Und das heißt, der Kommandant wird hier noch mehr unter Druck gesetzt, was das Leveln von verschiedenen Perks angeht. Und insgesamt ist es keine gute Idee, finde ich. Es kam auch der Kommentar in meinem Übersichtsvideo, dass es auch einfach unlogisch ist, dass nur noch ein Mannschaftsmitglied für die Brandbekämpfung im Panzer verantwortlich ist. Weil wenn die Hütte brennt, sollten, glaube ich, alle Besatzungsmitglieder, so war auch das Kommentar, sich darum kümmern, dass der Brand gelöscht wird. Weil der Funker vielleicht auch gerade gar nicht an der richtigen Position im Fahrzeug ist, um den Brand zu bekämpfen. Des Weiteren gibt es einen neuen Perk für den Funker, also noch mehr Perk-Druck und XP-Druck-Funkstörungen. Verringere die Dauer, für die das geeignete Fahrzeug durch den Gegner sichtbar ist, um eine Sekunde. Ja, das ist auch wieder was, was man primär vielleicht aufs Grau zieht. Und was sich auch erstmal nicht so unrelevant liest, wie eigentlich alle Perks, die jetzt neu hinzukommen, plus die ganzen Perks, die wir bereits kennen, aber auch einen wesentlichen Buff erhalten, was wir hier ja bisher auch gesehen haben. Zum Schluss noch die, ich nenne sie mal allgemeinen Perks, die wir ja auf allen Mannschaftsmitgliedern lernen können, beziehungsweise bei Waffenbrüdern ja auch müssen, damit es aktiv wird. Soweit ich das sehen kann, bleiben die auch unberührt. Hier spricht man halt bei der Reparaturen, bei der Verborgenheit, also bei der Tarnung, genauso wie bei der Brandbekämpfung von diesen 80%. Das kann ich halt im WOT-Wiki so als Zahl nicht finden, aber vielleicht könnt ihr mir da einfach weiterhelfen, ob das quasi die gleichen Werte sind, wie bei den bisherigen Perks. Das soll die Übersicht gewesen sein, zu dieser Überarbeitung, die wir jetzt mit 1.20.1 sehen und testen können. Wie gesagt, der primäre Blick auf die Veränderungen, auf die neuen Perks, die dazukommen. Eine kleine Einschätzung dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Ich kann an dieser Stelle auch nur noch mal auf das Video von Quickie Baby verweisen, der sich mit dem Thema der XP-Anforderungen und dem ganzen Thema darum sehr, sehr detailliert in seinem Video auseinandergesetzt hat. Deswegen muss ich diese Rechnung jetzt nicht noch mal machen. Das Video geht, wie gesagt, eine Stunde. Schaut euch das bei Interesse gerne an. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit dieser Gegenüberstellung ein bisschen Klarheit über die alten und auch über die neuen Perks geben. Ich bin natürlich jetzt gespannt auf eure Meinung zu dem Ganzen. Ich weiß, es wird sehr, sehr viel kritisiert. Aber vielleicht könnt ihr ja auch einfach mal euch ein bisschen darauf konzentrieren, was ihr vielleicht an den neuen Perks gut und schlecht findet. Und das Thema der XP-Anforderungen, dem wir uns, glaube ich, alle bewusst sind und was ein massives Problem ist, vielleicht so ein Stück weit mal außen vorzulassen. Auch wenn das vielleicht schwerfällt, aber sich wirklich mal auf die Perks an für sich konzentrieren. Wie sinnvoll die vielleicht sind, wie problematisch die vielleicht sind, wie gut sie vielleicht sind. Darauf mal einzugehen, weil das würde mich nämlich auch interessieren. Die ganze andere Problematik, ja, ist absolut kritikwürdig. Da muss Wargaming nachbessern. Und darum soll es hier aber, oder ging es in diesem Video jetzt primär nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm sehr gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt GameOneFan, Kulle, Gorwin, Curtano, Carbine, Baron und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Bis zum nächsten Mal.